Es gibt einen ohrenbetäubenden Krach, und im nächsten Moment hüllt den Havlicek eine Wolke aus Schnee und Gestank ein, welche vorübergehend die Sicht ihm nimmt und beinahe auch den Atem. Aber da muss man erst gar nicht hinschauen, denkt sich der Havlicek, sondern das kann man auch blinderweise sich vorstellen, was mit den beiden Herren vermutlich passiert sein wird. Und zwar hat er genau dasselbe gemeint und befürchtet, der Havlicek, was auch die alte Baronin Liebig, dem jungen Herrn Theodor und dem Stranski Franzl seit langem schon prophezeit hat, dass sie sich eines Tages den Hals brechen werden, wenn sie nicht endlich Vernunft annehmen und aufhören mit dem Automobilgefahre, wo es doch richtige Kutschen genug gibt, und Pferde und Hafer auch, und bloß weil man Geld wie Heu hat, so muss man noch lange nicht jedem Mutwillen nachgeben, welchen ein paar Verrückte gerade in Mode gebracht haben. Nun, die alte Baronin Liebig hat glücklicherweise nicht recht behalten mit ihren Befürchtungen und der Havlicek folglich auch nicht. Vielmehr sind, bekanntermaßen, die Automobile damals nicht übermäßig geschwind gefahren, selbst wenn man Vollgas gegeben hat. Und so haben sich der Herr Theodor und der Dr. Stranski gerade noch am Geländer von Benz Victoria festklammern können, wenn auch mit Mühe, sodass bei dem Sturz in den Straßengraben sie nicht zu Schaden gekommen sind, sondern es hat sie bloß tüchtig durchgerüttelt und gegeneinander gehaut und die Pelzmützen sind ihnen in den Schnee gefallen. Und möchte dem Dr. Stranski sein Zwicker nicht angebunden gewesen sein, er hat ihn an einem Schnürrl aus schwarzer Seide getragen, welches mit einem Knopf am Revers seines Rockes befestigt gewesen ist, so wäre vermutlich der Zwicker ihm auch in den Schnee gefallen und möglicherweise dabei kaputt gegangen. So aber hat, an dem schwarzen Schnürrl, der Dr. Stranski sofort ihn erwischen können und hat ihn sich wieder aufgesetzt. Und dann hat er den Havlicek, welcher noch immer wie eine Salzsäule auf der Straße gestanden hat, dermaßen angebrüllt, dass der Zwicker ihm gleich ein zweites Mal von der Nase gesprungen ist. »Tun Sie da nicht auf der Straße herumstehen und Maulaffenfeil halten«, hat er ihn angebrüllt. »Tun Sie uns lieber die Mützen aufheben, blöder Kerl. Sie und tun Sie ein nächstes Mal rechtzeitig aus dem Weg springen, wenn man schon auf Sie hupen tut. Sie müssen ja Pobitel in den Ohren haben, Sie Unglücksmensch. Oder sind Sie am Ende lebensmüde? Dann tun Sie sich einen Strick nehmen, ja? Oder tun Sie sich totschießen? Aber tun Sie sich, Himmel, Herrgott, nicht wie ein Ochs auf die Straße stellen und warten, bis man Sie überfahren tut. Schließlich klettert er aus dem Automobil heraus auf die Straße und fordert den Havlicek auf, dass er ihnen gefälligst jetzt helfen soll. Oder glaubt er vielleicht, dass der Benz Victoria von alleine die Böschung wieder hinauffahren können wird? Der Havlicek will ihm darauf entgegnen, dass er im Dienst ist und dass er den beiden Herrschaften selbstverständlich gerne helfen täte. Aber das geht nicht, Gehorsams zu melden. Nämlich es möchten sich andernfalls die gewissen Subjekte, welche auf allerhöchsten Befehl er zu arretieren hat, kurz vor der endlich so gut wie bereits schon erfolgten Inhaftnahme abermals aus dem Staub machen, respektive dem Schnee. Und das kann er als pflichtbewusster Beamter keinesfalls zulassen, sondern er hat sowieso schon sich viel zu lange hier bei den Herrschaften aufgehalten. Er muss jetzt im Laufschritt weiter und die Verhaftung vornehmen. Aber da ist er beim Doktor Stranski aus Reichenberg an die falsche Adresse geraten, der Havlicek. Nämlich bevor er noch richtig zu der geplanten Erwiderung ansetzen kann, da ist ihm der Doktor schon übers Maul gefahren und hat ihn aufs Neue angebrüllt. Tun Sie uns hier keine Reden halten, Sie alter Zwirnsack! Tun Sie gefälligst zupacken, wenn ich bitten darf! Aber ein bissl Tempo, sonst müsste ich Ihnen grob werden und das möchte ich nicht, weil ich ein sanftes Gemüt habe, im Grunde genommen. Und bloß wenn mich so ein Trottel ärgern tut, wie zum Beispiel Sie, da kann es sein, dass ich mich vergessen tue. Aber tun Sie sich das nicht wünschen, ich sage es Ihnen gleich, damit Sie sich hinterher nicht beklagen müssen. Übrigens, was glauben Sie wohl, wie man höheren Ortes mit Ihnen verfahren wird, wenn sich herausstellen tut, und herausstellen tut sich das ohne Zweifel, dass Sie als K.K. Gendarmerie-Person immerhin einem in Notlage sich befindlichen Mitglied des böhmischen Herrenstandes, er zeigt dabei auf den jungen Liebig, die elementarste Hilfe und Unterstützung verweigert haben, wobei Sie sich selber die Frage am besten werden beantworten können, ob sich das für Sie auszahlen tun wird, Sie Oberrin Fich, Sie Quadratonisches! Der junge Herr Theodor kennt seinen Stransky Franz. Darum weiß er auch, dass es der lange Doktor nicht halb so grimmig meint mit dem Havlitschek, wie er es ihm an den Kopf schmeißt. Aber der Havlitschek weiß das natürlich nicht. Der Havlitschek muss sich vorkommen wie der Watschenmann, und so steht er Gewehr bei Fuß auf der Straße, mit hochgezogenen Schultern, und wünscht sich sonst wohin, beispielsweise ins Pfefferland, auf den Mond, zu den Hottentotten oder zum Allermindesten in die Gemeinde Hühnerwasser zurück, auf sein dortiges Postenkommando, wo selbst er in relativ untergeordneter Position zwar eines ihm allseits entgegengebrachten Respekts sich erfreuen darf. Arme stra internet zum Allermindesten! Ach, das ist ein' Zumatinrix der Tränen!